Und aus dieser kontrollierten Pilates-Like-Übung gehst du jetzt mal in den Schwung und kannst mal so richtig schön ganz locker das Bein schwingen lassen. Ja, jetzt ist die Hüfte dran. Du darfst jetzt die Hüfte mobilisieren und zwar so locker wie möglich. Ja, und wieder beugen und verbringe dich und streck die Beine zur Seite. Wie weit kannst du deine Beine zur Seite bringen, ohne umzufallen? Okay, letztes Mal. Und dann kommst du erstmal wieder zur Mitte. Löst die Hände hinten aus dem Nacken hoch. Super. Jetzt setzt du die Unterarme wieder ab. Schau, dass sie richtig schön geradlinig nach vorne zeigen. Verlagere auf ein Bein und hebe dieses andere Bein nach hinten an. Jetzt bist du hier wieder in dieser Single-Lag-Kick-Variation. Du machst Doppel-Kick und streckst das Bein so weit wie möglich hoch.